Wer kennt es nicht? Beim Umgang mit einem konventionellen Schraubstock neigt dieser schon beim Spannen des Werkstücks dazu, von der Maschine zu kippen. Auch beim Einspannen längerer Werkstücke, bei denen der Schwerpunkt außerhalb des Schraubstocks liegt, neigt der Schraubstock zum Kippen und fällt im schlimmsten Fall sogar von der Maschine. Mit dem Flott-Felix-Schraubstock passiert dies nicht. Er ist dauerhaft auf dem Arbeitstisch gesichert, aber bietet trotzdem eine uneingeschränkte Positionierbarkeit. Darüber hinaus ist die Zeitersparnis beim Flott-Felix-Schraubstock enorm. Um größere Bohrungen sicher und präziser anzufertigen, muss der herkömmliche Schraubstock aufwendig festgeschraubt werden. Hierfür haben wir ca. 2 Minuten benötigt und dabei aber nicht einmal das notwendige Reinigen der T-Nuten berücksichtigt. Um eine zweite Bohrung anzufertigen, müssen diese Schritte nochmals wiederholt werden. Das Sichern des Flott-Felix ist wiederum in nur 7 Sekunden erledigt. Ein weiterer großer Sicherheitsaspekt ist die integrierte Selbstsicherung. Sollte der Schraubstock im nicht gesicherten Zustand beginnen mitzudrehen, sichert sich dieser durch den patentierten Mechanismus automatisch und von selbst auf der Maschine. Das war die detaillierte Gegenüberstellung des Flott-Felix mit dem handelsüblichen Bohrmaschinen-Schraubstock. Ich hoffe, wir konnten Ihnen alle Eigenschaften, Vorteile und auch die Unterschiede gegenüber der handelsüblichen Herangehensweise näher bringen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.